Ja, du hast einfach versucht so rüber zu kommen, das geht aber nicht. Nein, ich wollte eigentlich versuchen auf den Reifen, aber ich hatte Angst, dass der mich trifft, was er ja sowieso tut, aber ja, halt. Naja, du hast ja eine gewisse Unbesiegbarkeitszeit, wenn du getroffen wirst. Also, wenn du erstmal dran bist. Ja, die merke ich mir immer nicht. Deswegen kannst du kurz durch Gegner gehen und so. Okay. Für ein paar Sekunden. Das machen wir einfach. Ja, kann nicht schade. Noch einmal so ein Rhino. Okay. Bleib auf der Seite. Eigentlich, genau, kann ich stehen bleiben. Jetzt vielleicht nicht. Mega. Okay, das ist viel. Noch ein Rhino. Schöne Zeit, Rhino. Ein Affe, der sich freut. Und hopp. Das krieg ich hin. Und hopp. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Und 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 das krieg ich hin. Das ist so... Okay. Dann geht's los. Ach, da oben kann man sich draufstellen. Ah, cool. Wusste ich nicht. Das habe ich auch nicht gesehen. Das vereinfacht es erstmal den Anfang. Nein. Mal lasse ich mich nicht drauf ein. So, hier runter und dann hier hoch. Der folgt mir jetzt nicht mehr, aber... Der, wetten. Geil, der ist nicht gesprungen. Nee. Aber durch die Gegner kann man durchrennen. Gut zu wissen. Ja. Ach, das war super. Das war cool. Das war echt cool. Bin ich dran. Wie immer. Voll. Ich entlevel, fail. Ach, damn. Leben. Du hast uns wieder ein extra dann. Das darfst du dann auch gleich machen, weil... Okay. Ich bleib hier auf der Seite. Haben wir? Verstehe ich gar nicht. Ich hasse Affen. Schön aus Mebelzeiten. Ja, die waren toll. Ich weiß auch, damals... Ich weiß auch, damals... Ich weiß auch, damals... Ich weiß auch, damals war die noch an einer Stelle, wo man so als Low-Leveler immer durchging und dann immer getötet wurde, wenn man runterfiel. Von Richtung Henneses nach Kerningstadt. Genau. Und dann wurde es geändert. Ich weiß. Oder ist man jedes Mal gestorben. Aber ich habe mich irgendwann so sehr daran gewöhnt, dann fand ich lustig. Und ich habe das gehabt. Oh, die Zeit vergeht hier viel zu schnell. Ich muss zurück. Wollte ja noch den Verdoppler haben. Genau. Dann kriegt man nur, wenn man hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch... Ach, fegt euch. Egal. Egal. Das ist das einzige Level, wo ich den Verdoppler... Ich weiß, wo er ist, aber ich kriege ihn nicht. Eine Wurst. Zwei Leben. Das sind schon mal, ja. Ich habe drei Leben holen können. Hey, wir haben wieder fünf Leben. Schau mal, besser als nix. Haltete, ich hasse dieses Spiel. Das Hennen ist mir egal. Du bist mir egal. Du bist mir egal. Bananen sind mir nicht egal. Und hopp. Und hopp. Und ich trau mir was. Ja? Okay. Bananen. Und zack. Und... Rennen. Zack. Und einfach drüber springen. Zack. Zack. Und hier runter. Perfekt. So, hier gleich drüber. Du wolltest durchrennen. Ich weiß. Ich habe Schock. Ich habe Schock. Ich. 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 Okay. Nein, ich will dich holen. Mir egal. Super. Mir egal. Hauptsache, du bist dran. Also, Hauptsache, du bist da. Und hopp. Und hopp. So, den Teil, den kriegt man schon in den Blut besonnisiert. Zack, einfach runter. Bam. Das ist einfach. Ich bin durch mit diesem Spiel. Für mich ist das Spiel schon vorbei. Irgendwann, ich spiele dann. Da, da, da. Zack. Das hier dauert mir bloß ein bisschen. Aber Leben, genau. Du, 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 du. Das ist immer irgendwie das Gleiche. Glebt ja immer noch. Ja, der wird doch ja noch schneller. Schnell. Nein, jetzt hat er mich gekriegt. Sag ich ja, er wird noch schneller. Ich dachte, ich habe ihn jetzt das letzte Mal getroffen. Oh, Bananen. Bananen. Wann da nicht vor, war, ja. Ja, vorher war da der Buchstabe dran. Schön. Dann springe ich doch weiter da drauf. Weil, es gibt Bananen. Bananen bedeutet Leben. Ja. Leben bedeutet gut. Gut bedeutet Sicherheit. Sicherheit bedeutet besseres Spielen. Besseres Spielen bedeutet... Ja, Spaß. Rennn. Nicht so schnell sterben. So, das kriege ich hin. Kriege ich so nicht. Das kriege ich so nicht. Kriege ich so nicht. Pass auf, war gleich durchrennen. Einfach rennen. Wie meinst du? Renn, 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 renn. Da hat es nicht geklappt. Ey, das ist bloß der Abschnitt da, wo er läuft. Okay, das heißt... Oh Gott. Das heißt, dann kann ich wieder langsamer machen. Das heißt, ich wechsle mal mit mir. Oh, danke. Weil, ich brauch dich dann. Ach so. Falls es viel mich trifft, äh, dann... Kann ich den Rast noch überhüpfen? Meinst du, denkst du, dass ich das schaffe? Dann äh, ton dir. Was tust du da? Äh, so kann man schneller werden. Okay. Ganz am Ende muss ich nämlich noch ein Stück schneller sein. Das wird wohl nix. Fuck. Fuck. Ja, ich hätte mal gleich runter da springen sollen. Theoretisch wäre es gegangen, oder? Äh, eigentlich hätte ich bloß rennen müssen brauchen. Ja, aber ich kann nicht so... Ich komme da nicht dazu, immer gleich erst die Rolle zu machen und dann weiter zu rennen. Weißt du, ich würde gleich rennen, weil ich dann Angst habe. Naja, du musst einfach bloß die Taste gedrückt halten, wir nicht? Äh, nein, ich muss... Ja, erst rollen, hast du gesagt. Und dann rennen wir. Naja, du musst... Wenn du die Taste drückst, dann tut er meistens zuerst rollen. Und danach rennt er. Aber in manchen Situationen, zum Beispiel, wenn du in der Luft die Taste drückst, dann rennt er sofort. Okay. Siehst du? Hm, okay, okay. Weil hier, so... Geh mal weg. Fick. Ein Kelly. So, und dann... Na gut, dann... Na ja, manchmal rüber trotzdem. Okay, okay. Jump, jump. So, einfach runter. Einfach wenigstens nimm viele aus dem Weg. Gleich leben. Brauchen wir. Ja, wegen mir. Noch ein paar Bananen. Noch ein paar Bananen. Noch ein paar Bananen. Wir haben noch nie genug. Das wird ja so schön schnell. Jetzt ist er endlich gestorben. Eins. Hey! Das wird noch ein bisschen dauern und so. Ein bisschen nur. Kleines bisschen. Nein, das schaffen wir ja. Komm, Bananen, Bananen, Bananen. Oh, Bananen. Springen. Lust, Bananen. Bananen, Bananen. Bananen, Bananen. Ach so, ja. Dann sagen wir auch Bananen, Bananen, Bananen. Und hopp und hopp. Ich höre bloß, dass Vieh... Es macht Angst. Ja. Aber das hört man nachher auch noch hier. Okay. Okay. So. Am Ende muss ich nochmal rollen. Ja. Ach so. Gut. Ja, geschafft. Juhu. Ah, so. Okay. Candy. Kein Bock. Candy. Speichern? Ja, sofort. Soll ich euch einfach was abspeichern? Natürlich. Komm, machen wir noch weiter. 23 Prozent. Versuchen wir es einfach. Das Leben noch. Affenbande. Und dann, sonst. Halt. Pech.